Was geht ab, Freunde? Willkommen zur zweiten Folge vom Gym Simulator. Ich war heute im Gym. Nicht im Simulat-Gym Simulator, aber im Gym Gym. Hier ist meine Story. Ich hab gestreamt. Dann hab ich ein neues Gym ausgetestet. Dave gehört so, so, so. Meine DMs mit Dave gezeigt. Ich bin ehrlich großer Dave-Fan. Dann hier mit Ada geschrieben, mein Fitness-Trainer. Cardio gemacht auch, nach dem Arm-Training. Hier. Ich war im Gym. Don't force it. Don't force it. Und dann bin ich live gekommen. Dann bin ich live gekommen. Okay, wir gehen rein in mein Gym. In. Frühzeitige Zugangswarnung. Dieses Spiel befindet sich immer noch im Early Access. Okay, okay. Lass mich weiterspielen. Super Saiya Gym. Wir sind da. Vor meinem Gym. Und ich muss die Türen aufmachen. Denn wir haben... Wie viel Uhr? 8 Uhr 7. Seit 7 Minuten muss das Gym eigentlich geöffnet sein. Dann haben wir schon Leute, die direkt trainieren gehen. Komm, trainieren, Bro. Guck mal, wie du aussiehst. Du brauchst das Training. Vertrauen. Du brauchst das Training. Mann, es juckt dir nicht. Okay, dann konzentrieren wir uns erstmal auf unsere Sachen. Was ist denn hier los? Wir müssen ja hier erstmal reparieren. Ein paar Sachen. Was über Nacht passiert? Ist irgendwer eingebrochen? Hat sich da hingesetzt? Vielleicht gehen auch die alten Sachen, die wir haben. Wir haben ja von allem eine alte Version hier. Und eine neue Version. Die alten Versionen gehen einfach, glaube ich, ein bisschen schneller kaputt, habe ich das Gefühl. Oh Gott, man kann ja gar nicht... Oh nein. Können die dort hinten an dieses neue Gerät überhaupt dran? Wir müssen uns mal gleich darauf fokussieren. Sieht zwar so gut aus, aber wenn man da nicht drankommt, dann ist es natürlich nicht so nice. So, die beiden Geräte sind eh neu. Hier muss ein altes dabei sein. Ich glaube, das ist das... Das ist das neue. Das ist das alte. Okay. Wir haben alles repariert. So. Gehen wir mal kurz in die... Umkleide-Kabine. Ist ja auch irgendwas, was man... Muss man die Sachen auch reparieren? Ne, muss man nicht. Okay. So. Dann warten wir auf die ersten Kandidaten, die trainieren kommen. Kommen Sie, kommen Sie in mein Gym. Kommen Sie in mein Gym. Mann. Was steht denn hier? Zu verkaufen. Zweites Fitnessstudio. Oh, man kann sein Fitnessstudio erweitern. Wie cool. Oh. Den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Der ist bei mir angemeldet. Oh, yes. Der möchte sich anmelden. Direkt ran. Was brauchst du? Standard-Mitgliedschaft. Ich warte immer noch auf meine erste VIP-Mitgliedschaft, die ich verkaufe. Darauf warte ich noch. Wer bist du denn? Ist das hier unser Mitarbeiter? Aha. Ja, mach mal sauber hier. Stark. Schön. Freut mich. Der kriegt auch ganz schön viel Geld pro Tag. Dafür, dass er hier so blöd aus der Wäsche guckt. Und einfach nur an der Seite steht. Okay. Was können wir machen? Wir haben 1000. Wir haben echt wenig Geld. Wir haben sehr dick investiert. Leute, wir machen jetzt ein bisschen Mundpropaganda. Ich hoffe, euch gefällt das neue Gym. Ich habe sehr viel Geld investiert, Jungs. Guckt euch an, was euch gefällt. Wenn euch etwas nicht gefällt, sagt Bescheid. Die Geräte sind neu. Wir haben dick investiert. Ich habe kein Geld mehr. Sagen wir mal so. Ich habe kein Geld mehr, Leute. Bitte. Zieht durch. Oh, wir haben... Ey, der sieht ein bisschen aus wie jemanden, den ich in meinem Gym habe. Der setzt sich auch an die alte Maschine, ne? Ja, manchmal sind alte Maschinen ehrlich in einem Gym. Begehrter. Real talk. Er sieht aber ein bisschen aus, als würde er stinken. Guck da. Seine Achselhaare. Da müssen wir ran. Hoch. Hoch die Arme. So. Wichtig. Du stinkst. Okay. Legen wir das zurück. Hm. Sieht gut aus. Wir müssen aber Geld machen. Das heißt, wir brauchen neue Mitgliedschaften. Die Leute müssen zufrieden sein. Ich hoffe doch. Guck mal hier. Sieht doch alles super aus. Ich warte immer noch darauf, dass irgendwer dort hinten ist. Ich hoffe, das klappt. Komm, durchziehen. Durchziehen. Ich gebe dir einen Klaps auf den Po. Klaps auf den Po und weitermachen. Fitnessstudio-Gestank 25%. Ah, wegen dem Typen hier. Gib ihm ein Deo. Hier, der Typ hier. Junge, was ist los mit dir? Was ist los mit dir, Digga? Wie er stinkt. Äh. Ist ja katastrophal. Ah, jawohl. Komm, bitte VIP. Was wollen sie? Standard. Ah, das sieht auch relativ standard aus. Der nächste. VIP, bitte. Du siehst nach VIP aus. Standard Jared. Hießen gerade beide Jared? Mann. Wir brauchen, glaube ich, mehr Umkleidekabinen. Aber mit 3500. Ich gucke mal, was sich da machen lässt. Uh, wir kriegen gerade ganz viel Geld. Das ist sehr gut. Shop. So, Umkleideraum. Oh, das tut weh. Ich mache nur eine. Es tut mir ein bisschen zu sehr weh. Damit sich aber alle hier umziehen können. Und so ist es wichtig. Und ich habe gefühlt mehr Männer als Frauen. Das finde ich ein bisschen hier, ähm, unkorrekt. Sag euch ehrlich. Warum haben wir mehr Männer? Wir haben noch einen super Gym. Ist es nicht, äh, Frauentauglich? So, wir drehen das hier hin. Und zack. Ich sage euch ehrlich. Seitdem ich dieses Gym-Spiel spiele, bin ich im Gym auch viel vorsichtiger. Mach mein Müll weg und sowas. Ich habe mich einfach geändert, weil ich dieses Gym-Spiel spiele. Ich bin sauberer geworden im Gym. Das ist verrückt. Okay, so. Die Männer haben ein, eine Umkleide mehr, aber wir haben heute auch, ich habe noch nicht eine Frau gesehen im Gym, ne? Auch hier da. Was ist los mit dir, Bro? Oh, wir brauchen eine Dusche. Das wird wichtig. Wir müssen hier Level 4 werden und duschen. Arme hoch. Sie stinken. Ah, er stinkt. Er, ich habe mich vertan. Er stinkt. In dein Gesicht. In dein Gesicht. Wie krass stinkt der denn bitte? Doch, Mann, die Männer, ne? Oh, jawohl. Käufer, potenzieller Käufer. Mit der habe ich doch geredet. Das hat geklappt. Wie ich mit denen rede, das klappt. Wie ich Werbung betreibe, es klappt. So, mein Mitarbeiter ist auch gut. Okay. 4100. Wir müssen ein Level steigen. Wir brauchen aber noch einiges an XP, um ein Level zu steigen. Dann kann ich duschen mit einbauen und dann haben wir auf jeden Fall schon mal kein Problem wegen Gestank mehr. Das sollte das Problem dann auf jeden Fall gelöst haben. Äh, so, äh, hier, Gym-Dinger hier. Alle Geräte, finde ich, haben wir aber genug. So, das werde ich hier zum Inventar hinzufügen. Ich habe nämlich das Gefühl, das klappt nicht so richtig, wie ich es mir vorstelle. Und ich werde das hier hinten einmal hinstellen. Auch, wenn ich es gerne, die Cardio-Dinger alle nebeneinander hätte. Die ist gerade am Trainieren, deswegen können wir... Ja, es sieht zwar hässlich aus, aber machen wir das Ganze erst mal. So einfach, dass man ein bisschen Platz hat, auch hier da ran kann an die Geräte, sonst hätte man da niemals hingekonnt. Okay, jawoll. Guck mal, er macht seine Arbeit richtig. Haben wir ein Solarium, Junge? Wie krass ist die gebräunt, bitte? Junge, Junge, Junge. Das stinkt aber ein bisschen. Warum guckt die Auge raus aus den Haaren? Sind sie ein Dämon? Oh, Geld. Baba-Geld. 4.000 Euro. Wir müssen investieren. Ich brauche XP. Es wird wichtig, okay. Personal einstellen können wir, glaube ich, kein Neu... Ah, doch können wir theoretisch. Mechaniker. Ist es unnötig? Ich würde sagen, jetzt gerade... Ja, das kriege ich noch selber hin. Hier sind meine Mitgliederlisten. Hier kann man, glaube ich, aber eh nichts... Oh. Niedrigklasse. Ach, Matteo, man. Hör auf, so sparsam zu sein. Komm schon. Bitte VIP. Wann kommt der Erste, der VIP möchte, man? Warum wollt ihr alle keine VIP-Mitgliedschaft? 5.000. Jetzt haben wir aber Kohle. Jetzt haben wir Asche. Investitionen. So, Werbepartner. 3.000. Die kosten alle 3.000. Wir schalten unsere Werbung jetzt hier. 3.000. Bam. 10 Stunden lang. Ich hoffe, das lohnt sich. Oh mein Gott. 3.000 investiert. 3K investiert. Jetzt müssten die uns hier die Bude einrennen. Da. Super Saiyajim. Come to Super Saiyajim. Das ist meine Werbung, Leute. Guckt's euch an. Siehst du das? Guckst du an. Guckst du an. Warum ist sie so groß? Warum ist sie größer als ich? Warum ist sie größer als ich? Guck dir doch meine Werbung an. Bro, kannst du dir meine Werbung angucken? Bitte guck dir das an, wie das... Arrogante Menschen. Kommen sie in mein Gym. Sie... Aber sind sie nackt? Achso, nee. Sie sind nur weiße Sachen an. Ah, darf man hier nicht bei unserem Gym. Darf man hier nicht. Ist nicht erlaubt. Sie sind auch Männer. Die fühlen sich ein bisschen... Unwohl. Wenn ihr Frauen weiße Sachen anhaben. Aber es sieht so aus, als hätten sie nichts an. Okay. Männer können ja auch nicht hier mit Slip und so rumlaufen. Der weiß ist und gleiche Hautfarbe hat. Ja, und dann auch noch stinken, ne? Und dann auch noch stinken. Achso, ich kündige sie. Die finde ich. Oh, hier sind keine Fotos. Glück gehabt. Was ist mit den Frauen bei mir im Gym? Was? Aha. Da haben wir das Problem. Da haben wir das Problem. Wir wissen beide ganz genau, was hier stinkt. Mhm. Nächstes Mal ein bisschen besser duschen. Okay. Bitte VIP. Komm schon. Standard. Dann. Haben sie die Werbung gesehen? Haben sie die... Jo, sie sehen genau gleich aus. Sie sehen genau gleich aus. Unsere ersten Zwillinge im Gym. Okay. Okay, wir haben wieder Geld gemacht. Also die Werbung hat sich schon rentiert. Dann gehen wir jetzt in vielleicht Sachen, die wir noch nicht gekauft haben. Wie so ein Fernseher oder so. Habe ich jetzt gekauft. Einfach mal. Lautsprecher. Kaufen wir auch. So. Leo, danke für den Resub im fünften. Und das sollte, denke ich, ganz gut kommen. So ein Fernseher. Oh nein, Digga. Ich wollte den hier an den Cardio-Sachen platzieren. Dann machen wir den hier so seitlich. Kann man so... Ach, da... Eigentlich katastrophal. Keiner guckt Cardio so seitlich an. Real Talk. Aber wenn ich es nicht hier aufhängen kann, was eigentlich keinen Sinn macht, dann mache ich das einfach hier. Weil am ehesten schaut man bei Cardio-Fernseher. So. Einfach hier. Hier hin. So. Und dann noch mal einen Lautsprecher. Auf die, äh... Hier. Ich würde sagen, hier oben. So. Ein bisschen Musik anmachen hier. Och Mann, guck mal, wie die stinken alle hier, ne? Wir brauchen unbedingt duschen. Wir müssen unbedingt ein Level aufsteigen. Okay, Arbeit zu ernst genommen, Leute. Arbeit zu ernst genommen. Es tut mir leid. Hm, bitte VIP. Standard. Aha, VIP bitte. Och Mann. Aha, die laufen uns die Dings ein. Niedrige Klasse, Edward, Mann. Oha, wir haben zu viele Leute sogar. Die können sich alle gar nicht gleichzeitig umziehen. Warum wollen denn alle niedrige Klasse machen? Ist doch kacke. Okay, 6000. Wir müssen jetzt hier mehr, ähm... Wir brauchen mehr... Zu viele Mitglieder. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Sachen. So, hier diese Motivationssprüche finde ich persönlich immer extrem kagga. Ah, so ein Verkaufsautomat würde ich eigentlich ganz gerne machen. Ausrüstung, haben wir vielleicht irgendwas Neues? Ne, da haben wir eigentlich alles gekauft. Ich will jetzt nicht unnötig investieren in, äh, Geräte. Dann gehen wir lieber in noch... ...ein Umkleide-Ding für die Frauen. Oh Gott. Was hat denn hier gemacht? Hä? Ist es komplett kaputt, oder was? Was ist denn da los? Aufrüstung aufräumen. Ich drücke E. Das klappt nicht. Ah, mit Hand. Ah, stimmt, 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 stimmt. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Okay, unser Gym sieht echt gut aus. Unser Mitarbeiter macht gut mit. Haben wir hier Müll? Haben wir oft Müll, okay. Hier haben wir auch genügend Garderoben. Oh, in der Frauengarderobe schleiß ich mich rum. Nichts Gutes eigentlich. Ich brauche nicht lange, Mädels. So. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt natürlich auch... ...hier wieder eine Mülltonne. Und so ein Ding. Ja. Jetzt haben wir für alle... Oh, guck mal, die kann die sich jetzt nicht hier umziehen. Dann müssen wir wohl herausfinden, wie sie sich jetzt umzieht. Ich frage mich, wie sie sich jetzt wohl umzieht. Hm. Nur des Gyms zuliebe schauen wir uns das jetzt natürlich an. Um zu analysieren, wie... Ah. Ach so. Okay. Schade. Äh, äh, dann... Ah, ist ja gut. Ah, Mitarbeiter. Äh, VIP? Ach, Mann. Wir haben 7000. Wir machen aber gut Asche. Ich weiß aber nicht, worin ich jetzt momentan investieren soll. Macht für mich nicht so Sinn. Ich würde gerne jetzt als nächstes in Duschen gehen und so weiter. Spinte könnten wir theoretisch noch 2 holen. Ja, das können wir machen. So. Packen wir die Spinte da auch hin. Dann können die sich ein bisschen... Ihre Sachen hier verstauen und so weiter und so fort. Das denke ich gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt in... Och, Digger. Kacke gemacht. In jetzt, äh, neue Geräte gehen. Sehe ich nicht. Sehr gut. Sieht schön aus. Jetzt bei den Mädels nochmal. Gleich wird der Laden geschlossen. Ich sehe, dass es dunkel wird. Dann haben wir den zweiten Tag auch. Weitenberg, geh doch, McFit. Mach Real-Livestream statt so. Ich war heute schon, Jim. Okay. VIP, bitte. Es gab noch keinen einzigen, der eine VIP-Mitgliedschaft hatte. Warum? Woran liegt das? Sie stinken. Sie stinken auch. Was? Wohin will sie? Was macht sie für eine... Hä? Sie ist kein Mensch. Paxi. Paxi. Äh, wir geben ihnen einen Namen. Jiggity Jackson. Jiggity Jackson, hinter ihr her. Mann, Jiggity Jackson. Ich habe vergessen, dass er nicht sprechen kann. Ich wusste nicht, dass man sich schlagen kann. Das war aus Versehen, wirklich. Tut mir leid. Tut mir leid, ehrlich. Es war aus Versehen, bitte. Sie kriegen einen Gutschein. Sie kriegen einen Gutschein. Sie kriegen einen Gutschein. Es tut mir leid. Kann ich auch fremde Leute schlagen? Nee. Nur Leute, die in meinem Gym sind. Hey. Beruhig dich, okay? Du stinkst immer. Du hast verdient. Du hast verdient. Okay, aber wir machen das nicht mehr. 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 Ich verliere hier die Kunden. Ich verliere noch die Kunden. Okay. Außer einer stinkt mir zu oft. Dann wird auch mal die... Glück gehabt. Ich will nicht meine ganzen Kunden verlieren. Da wird der Deodorant nochmal geschnappt. Kann man springen? Kann man springen? Jawohl. Hallo. VIP ist gerade in Rabatt. 0,1%. Man, Viktoria. Das war ein Test. Ich wollte das nicht machen. Das war Jiggity Jackson. Das war mein Mitarbeiter. Ich war das nicht. Es war nicht der Besitzer. Es war nicht der Besitzer. Es war Jiggity Jackson. Boah, jetzt kommt es zum Vorteil, dass er nicht hören kann. Ah, Jiggity, geht dir gut, ne? Geht gut? Ach, Mann. 8.000. Wir haben echt viel Geld. Na, komm. Jackson. Er heißt Jackson. Ach, Mann. Der andere heißt Jackson. Er heißt Mikey. Ne, ich gebe die Namen. Jiggity Jackson. So. Ganz einfach. Das ist unser neuer Mitarbeiter. Der Techniker. Mach dich an die Arbeit, mein Freund. Mach dich an die Arbeit, mein Freund. So, wir können vielleicht nochmal eine Dekoration holen. Aber ich mag diese, diese... Es ist never stop until you win. Das sieht so schlecht aus. Do it for the people you want to see you fail. The only bad workout is the one you didn't do. Katastrophal. Real talk. Will ich nicht aufhängen in meinem Gym. Diese Dinger will ich nicht aufhängen in meinem Gym. So, da bin ich hier. Farbe könnten wir vielleicht machen. Also, wir könnten die Umkleidekabinen so ein bisschen farblich gestalten. Aber, was mich am meisten triggert, ist die Dusche hier. Wir müssen wirklich Level 4 kommen. Damit ich so ein bisschen in die Duschen reingehen kann. Ja, wo ist unser Handwerker? Muss ich das hier machen, oder was? Ja, dauert es zu lange. Moin. Standard-Mitgliedschaft für Eugene. Ich kann ihm trotzdem VIP geben. Ah, er hat mich Betrüger genannt. Das war ein Witz. Eugene. Komm, war ein Witz. Du kennst das. Ich hätte es doch niemals durchgezogen, Eugene. Ernst. Eugene, hör mir zu. Dann geh weg, Junge. Geh weg. Ich bin kein Betrüger. Wenn du mich anzeigst, mein Name ist Icud. Okay? Falls dich das interessiert hätte. So. Sieht doch gut aus. Mein Gym läuft gut. Warum siehst du aus wie ein Verbrecher? Warum sieht mein neuer Techniker aus, Handwerker aus wie ein Verbrecher? Hier, wo ist unser... Wo ist der andere Mitarbeiter? Wo ist... Jiggity Jack. Ach, da. Oh, Jiggity Jack hat viel zu tun anscheinend. Okay, nehmen wir ihm nicht übel. Nehmen wir ihm nicht übel. Ah, man kann Musik... Wenn sie ein Twitch- oder YouTube-Streamer sind, kann die Musik... Oh, okay. Dann machen wir die Musik nicht an. Wir könnten jetzt theoretisch Musik anmachen. Second Floor kann man machen. Fitnessstudio-Upgrade. Oder was? Decke. Vorderseite komplett beglasen? Er fordert letztlich das Level leider 8. Okay. Was kann man denn noch machen? Hier, sowas. Decke. Die Decke. Level 5. Das wäre auch super cool gewesen. Unser eigener Schreibtisch. Boah, wir müssen echt unsere Level verbessern. Ich frage mich, wie man die ganzen XP verbessert. Oh, man kann einen Spa-Bereich bekommen. Sauna. Erforderliches Level 6, Mann. Och, Mann. So eine Sauna wäre echt... Spa auch Level 6, leider. Schwimmbad wird viel zu teuer sein. Warum steht da angewendet? Wir haben den Schwimmbad... Warte, wir müssen das hier dazukaufen. Richtig? Wir haben nicht genug Geld und nicht genug Level. Okay. Ich verstehe. Jason Kev, Dankeschön für den Prime Sub. So, langsam wird es dunkel. Oh, unser Gym stinkt ein bisschen. Theoretisch könnten wir Realtalk schon wen einstellen. Für Gestank Realtalk. Es stinken so viele im Gym. Okay, ja. Wir haben viel Geld. Wir müssen jetzt aber mit dem Geld irgendwas anfangen, um an XP uns zu verbessern. Ich würde noch eine neue Werbetafel kaufen. Die andere wird noch benutzt. Nehmen wir die Werbetafel hier. Die sieht super aus. Das Haus mag ich. Es ist wichtig, dass das Hauch auch schön aussieht, damit das Gesamterscheinungsbild gut ist, wo man wirbt. Guck mal, dass ich hier wieder selber arbeiten muss. Was ist denn los mit dir? Warum sind sie sauer? Warum ist sie sauer? Warum war sie sauer? Gab es zu wenig Kabinen? Ich muss ein Kabinen-Upgrade machen. Ich sag euch, wie es ist. Das Gym schließt gleich, glaube ich. Wir gehen nochmal in... Komm, wir scheißen richtig rein. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben für Kabinen. Ah, der ist aber happy. Ja, nice. Vielleicht ist es einfach ein Männergym. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Es kann gut sein. Okay. Die Frauen wurden vielleicht von Perversen angemacht? Ernsthaft jetzt? Das müssen wir ändern. Immer gegen Perverse, Leute. Ich bin immer gegen Perverse, Leute. Das Fitnessstudio schließt. Okay. Lass mich noch kurz... Ich bin ein hart arbeitender Typ. Ich arbeite auch mal ein bisschen länger. So, zack. Da wird auch mal hier... ...ne Nacht durchgemacht. Und schön... ...die Umkleidung-Kabinen verbessert. So. Da, ich brauche keine Pause. So, ich habe auch in meinem Deutsch-Test... ...nur 99 von 100 Punkten bekommen. ...weil ich nicht wusste, was Pause heißt. Seht ihr? So, das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus. Super. Die Bank müssen wir auch noch. Ich würde sagen, jetzt... Warte mal, haben wir mehr Umkleiden im anderen Raum? Ich komme ein bisschen so vor. Ja. Da ist weniger Platz. Hier fehlt eine. Hier fehlt eine Umkleide. Wir haben Schulden. Oh mein Gott. Ja, dann... Dann lassen wir es erst mal mit der... Dann lassen wir es erst mal mit der Umkleide. So, hier so... ...vor die... ...Ding da. Wo sind meine Mülleimer? Da. Vier Stück habe ich. Packe ich einen einfach hier hin. So. Sieht doch gut aus. So sieht es, finde ich, ganz gut aus. Auch einen hier hin. Einmal, weil ich weiß... ...dass... ...ähm... ...ich hier auch noch ein paar Umkleiden hinmachen werde. Mach ich das auch schon mal... ...erst mal so hier vor. So. Da kann man sich hinsetzen... ...seine Sachen ablegen und so. Genau wie es in einem richtigen Gym ist. Ich würde, glaube ich, noch hier eventuell ein paar... ...ähm... ...Mülleimer hin. Also zwei Mülleimer einfach hier. Auch wenn die nicht so schön aussehen. Einfach so bei seinem Schreibtisch... ...hat man eigentlich immer einen Mülleimer. Oder? Packen wir so hier einen Hintergrund. Sieht... ...obwohl sieht schon echt kacke aus. Nee, dann lassen wir es. So. Dann schließen wir ab. Tür wird abgeschlossen. Hey, komm mal morgen in mein Gym. Okay? Mein Freund. Super Saiya Gym. Ich bin stolz. Wir gehen nach Hause. Haben wir abgeschlossen? Okay. Sollten wir gemacht haben. Ich gehe nach Hause. Einen Boxclub kann man auf Level 7 machen. Wow. So ein Hotdog wäre echt lecker gewesen. Seit zwei Tagen nichts gegessen. Adoptieren. Wir können einen Hund adoptieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Edisona. Edisona. Die TikTokerin. Ähm. Komm, wir nehmen Eldos mit. Eldos. Oh, okay. Komm, Eldos. Oh. Du bist ein braver, Eldos. Du bist ein braver. Ach, Mann. Oh. Süßi. Mein Süßi. Das sieht doch super aus. Okay. Komm mit. Hält dir den Sitz. Oh. Das ist so sehr gut, Eldos. Komm mit, Eldos. Wir gehen nach Hause. Ja, machst du gut. So. So. Oh, Mann. Wo ist Eldos? Oh, sei draußen. Nee, ich will, dass er mit reinkommt. Wo ist Eldos? Komm mal mit rein. Oh, Eldos ist nicht stubenrein. Shit. Unsere Wohnung ist echt kacke, Mann. Schlaf bis 8 Uhr morgens. Okay. Haben wir jetzt 8 Uhr morgens? Ja. 8 Uhr morgens. Neuer Tag, neues Glück. Eldos. Mitkommen. Komm, Eldos. Eldos. Komm mit. So. Du musst aber heute leider außerhalb bleiben, wenn das okay ist für dich, okay? Ich darf dich leider nicht mit reinnehmen, weil das ist schlecht für die Kundschaft. Aufpassen. Komm sie doch heute in unser Gym. Haben wir nicht gestern geredet? Möchtest du reinkommen? Ich wollte gerade eh aufschließen. Komm rein. Eldos, kommst du mit oder nicht? Ne, Eldos. Das geht nicht. Komm. Hier hin. Eldos. Hier. Und sitz. Okay. Bleib da, Eldin. So, wir haben minus 5. Wir müssen heute wieder Geld machen, Leute. Ist da noch unsere Werbung? Ja. Come to Super Saiyajim. Sehr gute Werbung. Bitte. Ne Frühaufsteherin. Och, Mann. Die geht in ein anderes Gym. Leute, kommt in unser Gym. Heute, Tagesangebot. Trainiere einmal kostenlos, wenn ein Freund von dir hier angemeldet ist. Trainiere einmal kostenlos. Ich habe echt kein Geld mehr. Minus 500 Dollar. Wir brauchen echt langsam unsere erste Kundschaft. Was ist das denn hier? Ach, Eldos, sein Wasser und sein... Eldos braucht Wasser und... Mann. Jetzt muss ich ja mal Wasser und... Essen holen. Hundefutter. Was gibt es denn hier? Kann man hier einkaufen gehen, hier bei CS Network? Ne, die haben es auch nicht offen. Man muss aber sagen, da wo wir sind, ne? Wir haben schon eine gute Lage. Direkt am Wasser. Sieht schon echt gut aus. Du siehst ein bisschen aus. Deine Arme. Wenn ich du wäre, würde ich ins Gym gehen. Ich weiß ja nicht, ob hier links in der Straße ein Gym ist. Keine Ahnung, Mann. Guck es dir vielleicht an. Guck es dir mal vielleicht an. Ne? Mann, Junge. Das war eine Taktik. Ach, 1000 Euro kostet das. Ich habe kein Geld. Für die Werbung. Haben wir schon Leute drin im Gym? Jawohl, aber richtig. Holla, die Waldfee. Let's go. Rein. VIP, bitte. Standard. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das ist mir zu wenig. Der ist am trainieren. Hier sind alle am trainieren. Eine vierte Matte könnte man theoretisch holen, aber... Sonst, die Geräte. Ich warte auf die neuen Geräte. Real talk. Ich warte einfach auf die neuen Geräte. Jetzt sind wir wieder am Plus. Ich kann euch wieder bezahlen, Leute. Alles gut. Eldos. Ruhe. Okay. Nicht die Kundschaft wegscheuchen. Wir haben noch nicht genug Geld, um damit zu arbeiten. Ich könnte die Mülleimer benutzen. Viele sagen, ich kann diese Bretter hier wegmachen, aber... Ich wüsste nicht wie. Hammer benutzen. Ach lol. Weg mit den Brettern. Aufmachen. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Leute, das habt ihr nicht gesehen. Okay. Der stinkt und ist einfach happy. Kann man so stinken und trotzdem happy sein. Ja. Vitamin Bar. Das sieht gut aus. 3.000 kostet das. Ich habe keine 3.000. Ich will so eine Bar. Ich will die haben. Oh, ja, ja, ja. Komm. Oh, was eine Schlange. Wow. Ist das Eugene? Eugene ist zurück. Hier, Eugene. Diesmal verarsche ich dich nicht. Meint ihr, das klappt, wenn ich... Die könnte man doch bestimmt verarschen. Ich wollte die Mitgliedschaft nicht... Nein. Mist. Okay, ich verarsche keine mehr. Es klappt anscheinend nicht. Mist. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Und genug Geld. Jawohl. Und rein da. Oh, yes. Okay, wir haben leider... Wir können die Maschine nicht füllen. Wir können die Maschine nicht füllen. Oh, mein Gott. Proteinpulver und Wasser brauchen wir. Gehen Sie zum Markt und kaufen Sie Hühnchen mit Reis. Hühnchen mit Reis? Okay, ich muss mich beeilen. Ich hoffe, meine Mitarbeiter regeln so lange alles. Boah, der Markt ist echt weit entfernt. Hier. Ja. So, Wasser brauchen wir. Äh... Hühnchen. Das brauchen wir auch. Aber wir haben nicht mehr so viel Geld. Hundefutter. Wollen wir direkt zwei. Man kann direkt so eine Riesenbox kaufen. BCAA. Ah, zack. Käsekuchen brauche ich nicht. Warte, was brauche ich denn noch? Hähnchen mit Reis in den Kühlschrank stellen. Oh, Digga, das wird so gut kommen. Ist er happy oder sauer? Er ist happy. Und wir haben noch gar nicht die geilen Sachen reingemacht. Zack, füllen. Zack, füllen. Hier. Eldos. Komm, mein Blut. Komm, komm, komm. Hier. Trink. Warum sind die Frauen immer sauer? Trink, Eldos. Hier. Oh Gott. Oh, okay, okay, okay. Chill, 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 chill. Ich konnte noch nichts füllen. Hühnchen mit Reis kochen. Was wollt ihr? Protein-Shake geben. Maschine füllen. Es fehlen zwei Protein. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Oh, nein. Ich bin so überfordert. Was wollen sie? Standard. Können wir Mitarbeiter kaufen dafür? Wir brauchen neue Mitarbeiter. Oh, nein. Können wir nicht. Ich komme gleich wieder. Beruhigt euch. Ich brauche nicht lange. Das ist direkt hier nebenan. Chill, 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 chill. So. Eins, zwei. Zack. Ein bisschen Geld gemacht. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wasser. Okay, easy. Ich komme, ich komme, Junge. Ich komme, Leute. Wir sind nicht auf Level 4. Wir sind leider noch auf Level 3. Ja, ja, ja. Easy, easy, easy. Oh, nein. Oh, Mann. Es tut mir leid. Oh, Mann. Was ist denn los mit euch? Oh, Digga. Das wollte ja jetzt gar keiner haben. Irgendwie. Äh. Ja, schade. Oh, die stinken alle. Mein Jim stinkt. Oh, Digga. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Heute geht es richtig ab. Heute geht es richtig ab. Okay, da wollen wieder welche. Sie stinken ein bisschen. Dafür müssen wir doch irgendwen einstellen können, oder? Das kann auch hier nicht. Hört mal auf zu stinken. Sind die gerade aus derselben Umkleide rausgekommen? So, okay. Es scheint alles gut zu sein. Hier, warum sind sie sauer? Was ist denn los? Ist doch alles super hier. Guck mal, der möchte ein Getränk haben. Zack, mache ich dir. Easy, kein Problem. Zack, bam, hier. Gönn dir, mein Freund. Ist das nicht der, den ich geklatscht hatte letztes Mal noch? Oh, ich brauche wieder Reis. Wir brauchen wieder Reis. Jetzt gerade will keiner was von mir. Wir müssen die Chance nutzen. Und einkaufen. Ah, die mit dem Emoji sind pervers mit diesem Herzchen-Emoji. Deswegen sind die Frauen sauer. Ich verstehe. Oh Gott. Wir gehen schön ein bisschen mehr einkaufen diesmal. Variation. Hundefutter noch eins. Okay. So, willkommen. Willkommen. Eldos ist, ist Eldos unhappy? Was wollen sie VIP? Standard. Ist okay. Oh, direkt an die Bar. Zack, ich mache euch direkt die Drinks. Hier. Zack, zack, zack. Hier. Raus mit euch. So, wenn ich jetzt noch einen sehe, der hier, ne? Hier, hat irgendwer Lustmäulchen-Augen? Hm? Nicht, dass ihr irgendwer in den Frauenkabinen sich rumtreibt, hm? Das merke ich mir jetzt, was das bedeutet. Okay. Damit das klar ist. Ich habe keine anderen Sachen aufgefüllt, okay? Das läuft super. Das läuft super. Es läuft einfach phänomenal. Die Vitamin Bar läuft gut. Die, wir könnten das theoretisch, ja, doch. So, Vitamin Bar. Wir haben orange-schwarz als Ding. Gucken wir mal, ob... Ich glaube, zu viele Farben würden wirklich kacke aussehen. Real talk, no joke. Deswegen werde ich jetzt für die Vitamin Bar. Kann man theoretisch so ein weißes, so schlicht weiß holen? Könnte man machen. Dann muss man halt überlegen, ob man das noch für die Umkleiden irgendwie benutzen kann. Ich werde es mal ausprobieren. 500 kann man wasten, auf jeden Fall. So. So ein weiß. Hä? Es sieht genauso aus wie vorher. Warte, mir geht das nur da nicht? Ich glaube, das geht nur da nicht. Das ist weiß. Aha. Das sind die Perversen. Weg mit dir. Hey, du Maniak. Raus aus meinem Gym, hä? Raus aus meinem Gym. Ich will euch hier nie wiedersehen, okay? Okay? Eldos. Beiß. Beiß, Eldos. Spaß. Isst ein bisschen was. Du siehst hungrig aus. Nicht mehr hinter... Nein, Eldos. Du musst hierbleiben. Es tut mir leid. So, Hühnchen. Auenchen mit Reis. Für dich. Für dich ein Shake. So, das sieht doch gut aus. So, wir machen gerade echt viel Kohle. VIP, bitte. Schade. So, sind die Umkleidungkabinen, sind gerade gar nicht besetzt hier. Okay, scheint alles gut zu sein. So. So, Personal haben wir kein neues. Wir müssen langsam Level 4 kommen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das noch schaffen. Weil, ähm... Sonst können wir hier die Dusche nicht benutzen. Und dann stinken immer alle. Und das sei halt nicht so nice. So, man könnte theoretisch... Hat man von etwas zu wenig. Laufbänder eigentlich nicht. Hantelbank auch nicht. Man kann hier noch nur Mathe holen. Theoretisch. Und vielleicht noch ein Butterfly-Ding. Komm vorbei. Selbst das... Ja, komm. Machen wir einfach jetzt. Nochmal ein Butterfly-Ding. Schön mit dem richtigen Abstand. So, nochmal ein Viertes. Sieht gut aus. So. Ah, warte mal. Da müsste ich hier erstmal ein paar Jungs... So, du willst ein Own-Chan? Gönn dir, Bro. Und weiter geht's. Da ist wieder wer am Müffeln. So, ich seh's. Warte. Machen wir erstmal die neue Kundschaft. VIP. Mann, das... VIP bleibt ein Traum. Real talk. So. Aha, die geht zur Bar. Was kann ich denn für sie tun? Was denn? Protein-Track? Oh, kein Problem. Au-Chan? Ja, komm hier. Äh, die müssen so happy sein. Bei mir im Gym gibt's keine... Äh... Protein-Shakes frisch gemacht. Und Hühnchen mit Reis und sowas. Das gibt's bei mir nicht. So, die... Butterfly-Maschinen haben wir hier einmal. Die können wir aber hier auch nochmal einstellen. Das ist genug Abstand, um dazwischen durchzugehen. Ja, das sieht doch gut aus. So, da haben wir direkt zwei. Da stinkt wieder wer. Und Hühnchen. Gerade fertig. Ich bin so gut, ne? Ich bin so gut. Das Gym läuft. Das Gym läuft. Wir sind Road to 400 XP, meine Freunde. Das werden wir heute schaffen. 400 XP und zack. Ich weiß ganz genau, wie wir das noch ein bisschen pushen. Und zwar mit einem Werbepartner auf der Riesenleinwand hier auf zwei Seiten der Straße. Bam. 3000 Euro gezahlt. Und zack. Wo ist meine Werbung? Irgendwo an der Seite, glaube ich, gell? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo... Ich sehe alle Werbetafeln, bis auf die eine. Wo ich gerade... Wo hab ich denn bitte... Wo hab ich Werbung gemacht? Muss ich verarschen? Okay, dann machen wir hier auch nochmal Werbung. Hier, das Bild ist doch super. Das Bild ist super. Dann sehen die das hier an der Straßenseite und gehen einmal komplett durch. Wobei, beim Weihnachtsbaum wäre das vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Wir gehen mal einkaufen. Wir haben genug Geld. Ich kaufe einfach mal ein Kreatin. Zack, zack, zack. Wir können noch keine Boxen kaufen. Dafür bin ich noch ein bisschen zu geizig. Wasser hier haben die. Chicken geht weg wie Butter vom Mutter. Ich höre was. Schnell rüber. Nicht, dass irgendwer wartet und VIP-Mitgliedschaft machen möchte. Ah, uuuh, 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 let's go. Standard, easy. Der nächste. Stark, kein Problem. Standard. Nie wieder kommst du in mein Gym, okay? Stinken und auch noch ein Lustmolch sein. Unglaublich. Standard, okay. Okay. So. Ich habe euch, Mädels, kein Problem. Auch wenn ihr unter anderem stinkt. So. Das sieht so gut aus, ne? Mein Gym. Mein Gym ist am wachsen. Mein Gym ist am wachsen. Siehst du das, Jiggity Jack? Siehst du das? Zeig nochmal hier die große Werbetafel. Die hat mir auch gefallen. Obwohl, die ist sehr nah zu dem, was wir in klein zur Werbung genommen haben. Wir nehmen nochmal die große, die wir schon mal hatten. Die ist super. Kommen Sie rein. Alles super. Standard-Mitgliedschaft für Monika. Ja, Eldos. Achso, du kannst essen, ne? Vergiss das nicht. Du darfst halt nur nicht reinkommen. Meine Mitarbeiter sind sauer, sauber. Hier, mein Freund. So. Schokoladig. Stinken wieder sehr viele. Boah, Digga. Die Dinger sind ja über... Höh. Kleiner Hund. Raus mit dir. Raus aus der Frauenkabine. Direkt. Ich will dich hier nie wiedersehen, okay? Raus. Nein, nein, nein. Du gehst hier... Raus mit dir. Wie eine Ratte links und rechts am Laufen. Raus. In der Mädchenkabine, hä? Schlawiner. Oh, Level 4. Wir sind Level 4. Wir haben es geschafft. Und wir können duschen machen. Für die Schlawiner noch gefährlicher. Können wir neues Personal anstellen. Tägliches Gehalt. Geschwindigkeit 2. Reiniger. Neuer Bar-Mitarbeiter anstellen. Direkt. Zack. Sicherheitspersonal. Zack. Rein da. Und jetzt habt die Schlawiner keine Möglichkeit mehr. Neues Sicherheitspass. Ja. Ich muss meine Alten entlassen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich muss euch entlassen. Jiggity Jack. Da bin ich... Ich sag euch ehrlich. Auch gar nicht loyal. Raus mit euch. Wobei bei Jiggity Jack tut's mir leid. Jiggity Jack. Ah, er ist auch schon weg. Jiggity. Es tut mir leid. Okay. Es tut mir leid, Jiggity. Warte. Ey, ich kann ja nicht sprechen. Jiggity. Es tut mir leid. So ist das manchmal. Hier haben wir ein Lustmolch. Mhm. Bist du raus, ne? Da brauchst du auch nie wiederkommen. Brauchst du auch nie wiederkommen. Okay. Damit er das verstanden hat. Okay, so. Standardmitgliedschaft. Bam. Hier die nächste. Standard. Jetzt noch VIP wäre ein Luxus. Aber wir gehen in die Duschen jetzt. Schade. Okay. Oh mein Gott. Wir haben 10.000. Reicht das überhaupt für Duschen? Ja. Zwei. Zwei Duschen. Komm. Wir haben direkt vier Duschen geholt. Let's go. Neues Level. Das ist ein neues Level. Eigentlich muss man das doch in einen anderen Raum packen. Naja. So. Zwei Duschen für die Männer. Zwei Duschen für die Frauen. Ich will jetzt echt keine Perversen sehen. Aber jetzt habe ich auch Sicherheitspersonal. Oh ja. Selber rein? Ne. Okay. So. Solange das neue Personal auf dem Weg ist, muss ich ein bisschen selbst machen. Da, Digga. Das ist so gut hier mit der Mitarbeiterin. So. Das ist unser neuer Jiggity Jack. Okay. Und unser Sicherheitspersonal. Und der neue Mechaniker. Sieht auch wieder kriminell aus. Ja. Jiggity Jack. Da ist ein bisschen dreckig hier. Hä? Ah. Achso. Ich habe die Jobs verwechselt. So. Sicherheitspersonal. Sie wissen, was zu tun ist. Ne. Wenn ihr in Schlawiner unterwegs seid. Da bin ich gespannt, was da gemacht wird. Da bin ich echt gespannt. Das sieht doch richtig gut aus. Was können wir noch jetzt bei Level 4 machen? Können wir neue Geräte? Haben wir neue Geräte freigeschaltet? Ne. Ab Level 5. Dusche war jetzt wirklich so das, was auf jeden Fall neu dazugekommen ist. Sonst ist glaube ich bei Level 4 nicht wirklich viel dazugekommen. Hatten wir sonst noch irgendwo... Irgendwo... Warte mal. Irgendwo was, was wir noch neu machen konnten. F bei Eldos. Wieso das denn? Was denn mit Eldos? Ja, hier komm. Ist... Guck mal. Warum ist der denn nicht? Der ist nicht. Pool ist neu. Ich glaube Pool... Pool... Ah, Poolstuhl ist auch neu. Ne, den hatten wir schon. Poolstuhl, der bringt uns halt gar nichts. Wir haben halt keinen Pool. Wisst ihr, wir könnten jetzt hier theoretisch ins Hauptmenü und dann gucken, was man hier Second Floor noch... Wo war das denn hier? Neues Mitglied, Mitgliederliste. Ne, ne. Hier. Das braucht man erst, wenn man halt so einen Pool hat selbst. Und die Dinger können wir auch noch nicht machen. Dafür müssen wir Level 6 sein. Zweiter Stahl. Oh Gott. Jetzt kommt ganz schön viel Geld rein. Schwimmbad. Muss man hier Level 10 sein. Was mit der Decke? Fitnessstudio. Decke. Level 5. Ab Level 5 können wir auf jeden Fall sehr viel machen. Das Gym schließt. Ich weiß jetzt nicht, warum die Mitarbeiter das hier nicht weggemacht haben. Ne. Aber ich sag euch ehrlich, es ist mein Gym. Ich arbeite hier gerne. Ich mach hier gerne was. Wollen wir nochmal gucken hier. Auch nicht alles sauber ist leider. Aber ich arbeite natürlich auch immer sehr gerne selber in meinem Gym. Und wir machen noch einen letzten Einkauf, solange das geht. Das Fitnessstudio schließt. Ich weiß. Ich hoffe, der Supermarkt hat aber noch offen. Wir haben nämlich noch 2000. Ich werde hier noch ein bisschen was an Snacks brauchen wir nicht. GTA. So. Wasser brauchen wir. Zack. Wird alles gekauft. So, mehr brauchen wir gerade nicht. Der BGSZ. Dankeschön. für den Sub. So, Reis brauchen wir auch ganz schön. Wir nehmen einfach alles mit. So. Ein bisschen vorgesorgt quasi. Können wir die Kühlschränke voll machen. Das Fitnessstudio können wir erst ab Level 8 kaufen. Das zweite. So, zack. Voll machen. Auffüllen. Und sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Digga, die hat auch schon so... Die hat schon welche vorbereitet. Ich hoffe, die werden jetzt nicht schlecht, ne? So. Ich bin zufrieden mit meinem Gym. Okay. Wir werden die Folge hier beenden. Ich gehe mit Eldos nach... Du kannst das Fitnessstudio nicht zwischen 7 Uhr mo... Oder was? Hä? Was heißt das? Ich bin jetzt falsch gemacht. Hä? Achso, jetzt geht's. Okay. Okay, ich werde das... Komm, Eldos. Nimm nochmal dein Essen hier. Ja, wenn du nicht willst, ist alles okay. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Und wir werden die Folge hier beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ähm, dann kommt nochmal eine dritte Folge von Gym Simulator. Wenn euch die Simulatoren an sich gefallen, schreibt es auch in die Kommentare. Und schreibt rein, was wir als nächstes simulieren sollen. Wir gehen zurück in unsere Wohnung, in unsere Buchbude. Und gehen schlafen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.